Hi, mein Name ist Sebastian Lanza und ich möchte euch heute gern das brandneue E-Med Heavyweight von der Firma Evans vorstellen. Wie der Name schon sagt, ist es das dickste und daher auch widerstandsfähigste Fan im ganzen Sortiment. Prima geeignet für Kollegen, die gerne etwas fester zu treten. Der Sound äußert sich in einem sehr fetten, druckvollen und artikulierten Ton. Nicht zuletzt wegen dem tollen Dämpfungssystem von Evans. Mit dem Lieferumfang befinden sich zwei Dämpfungsleifen. Ein kleiner und ein großer. Sieht so aus. Die kann man nach belieben wechseln. Und man könnte auch theoretisch auf die interne Dämpfung der Bassdrum verzichten. Ist aber Musikstil abhängig. Ich bin ein großer Fan dieses Fells. Kann euch nur sehr empfehlen es auszuchecken, zum Beispiel auf der Frankfurter Musikmesse und in meinem kurzen Video. Danke, bis zu sehen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Wie der Name schon sagt. Es ist great. Heavyweight. Wie der Name schon sagt. Es ist great. Heavyweight. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schauspiel. Tschau. 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 Tau. Vielen Dank.